Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu WhatGK Classic. Ich muss mir ein anderer Ansagen überlegen. Und ich habe jedes Mal, bevor ich anfange es anzusagen, denke ich immer so, kann ich dieser Moment, wenn das einfach saß, obwohl ich das jetzt schon so lange mache, ist das immer so ein bisschen, hm, hm, man, machst du das jetzt? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ein paar neue Addons drin, ich habe wieder Z-Pel drin und ich habe Playtor drin. Und ja, Morty hat schon wieder mit dem Internet gespielt, mit den Addons gespielt. Ich kann es halt nicht sein lassen. Das tut mir halt auch. Etwas leid, ja. Oder auch nicht, ich fahre es noch nicht. Ja, was haben wir sonst noch so? Ich bin momentan am überlegen, wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich brauche nur das eine Ding? Brauche ich nur das eine? Scheinbar. Gut, da kann ich mal mit Ruhrstein, obwohl, wo ist denn der Typ überhaupt? Oh, so, aber schon noch. Okay, den habe ich jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich eben die Quest machen. Das machen wir später. Das lasse ich, das kann ich auch erstmal, das lasse ich erstmal drin, das mache ich später. Äh, vielleicht will ich einen abzulenken, um das Gefecht zu setzen. Naja, das ist mir klar, und da ist der direkt wieder gespawnt. Oh, das ist klar. Also geht der in Richtung Ruinen. Südwässig, das Südichtspiegelprodukt hat, so viel Zeit, das ist ein Knarmen, wenn er sich mal versichert hat. Müssen wir mal gucken, ob wir den ungefähr finden. Dann würde ich da gleich mal Luki-Luki machen, weil den, die, die Oberschenkelknochen habe ich. Wir machen mal einen Ruhrstein. Ähm, ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe ein bisschen was vor eigentlich und, ähm, die Überlegung ist jetzt, alles was wir machen, also abgesehen, die Aufnahmen werde ich jetzt einfach nicht machen. Das ist ja, schade ist zeitlich aktuell nicht. Ähm, ist jetzt einfach zu überlegen, zu sagen, pass auf, wir machen das so, wir machen alles als Livestream-Projekt. Das heißt, er bekommt jetzt alles als, als Live-View, die, wo kommt ja schon einige Folgen auf YouTube. Dann werden wir noch ein paar mehr dabei machen. So, wo ist denn hier, der Typ, wo ich genau hin muss? Das ist ja raus, ich möchte aber heranzoomen. Wo ist der Typ, wo ich genau hin muss? Ist der irgendwo hier? Ist der denn hier? Irgendwo was? Dann hier ist er nicht. Ja, auch nicht, ich muss mal gucken, wo der Typ ist hier. Ähm, weil ich habe die Delis jetzt nicht gemacht in den letzten Tagen. Ich habe ja nicht mal Zeit, die Delis zu machen, weil ich einfach zu müde war, auch von der Arbeit einfach her. Und dann, deswegen habe ich auch jetzt den einen Tag nicht zu viel... Ach, wir haben hier übrigens einen Schmied. Leute, ich habe einen Schmied gefunden. Ich habe den doofen Schmied gefunden. Ja, es sind leider keine Verbesserungen, deswegen kann ich das nicht gebrauchen. Schön, dass ich helfen konnte. Ähm, ja, ja, es gehört bis zum Interesse. Das ist halt das Erinnern, wo ich die Sachen automatisch mitverkaufen kann. Soll wohl in irgendeinem Update in XBinWOW automatisch drin sein. Manchmal denke ich mir so, Blizzard, warum macht ihr das nicht vorher? Warum dauert es so lange, bis ihr solche Sachen drei macht? Ist so viel Aufwand, das zu programmieren? Ich meine, das neue UI in Realtail ist wirklich schön. Es gefällt mir wirklich sehr gut, ne? Aber die Namsplakette, das, was ich jetzt durch Plata ersetzt habe, ähm, gefällt mir nicht ganz so. Und so muss ich ihn jetzt ausschalten? Nein, dann muss ich mal nach der Quest googeln. Eine Bitte an den Bewahrer ist das nicht. Ähm. Das Wappen des Reckens ist das auch nicht. Etwas ist mit dem Knappen. Lass mich mal googeln. So, also. Wir haben den Knochen. Das ist soweit richtig. Und hier irgendwo soll eine Ruine sein. Die wir... Wo der Typ steht. Da ist er doch. Da ist er. Der orkische Typ. Genau. Wir hätten eigentlich immer noch spielen sollen. Ihr müsst hinter eurem Ziel stehen. Jetzt looten wir ihn. Und töten wir ihn. So. Haben wir gemacht. Jetzt muss ich wieder zurückfliegen. Das heißt, hier muss ich schon wieder ein Cut setzen. So, gehen wir mal jetzt ab hier. Mordwaffe. Haltet den Kurs für den Sonnenbrunnen. Wie viele schwarzen Ritters. Wie viele schwarzen Ritters. Das ist ein Zwinkel in euch zu zeigen. Weil der schwarze Ritter trainiert. Und sich auf das Turnier vorbereitet hat. Ja, warum nicht. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Er fasst wie schummeln. So, wo ist denn jetzt schwarze Ritter? Okay. Also hier schon wieder verstärkt. Was ist denn hier? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mit ihm. Also mit der Waffe. Früher habe ich immer gesagt, oh, schwarzböse und so. Aber umso älter du wirst, umso mehr hat man so das Gefühl, dass das schon gar nicht so schlecht ist. Wir setzen uns jetzt eben da hin. Das ist aber ganz schön, warum fliegt der eigentlich nicht? Ach, jetzt fliegt der jetzt. Der fliegt ja auf eine Insel, oder was? Kultistenverschwörer, was macht ihr denn hier? Kollege, geht ja mal gar nicht. Was machst du denn hier? Was für Sachen machen du hier? Noch jemand? Noch einer. Attacke! Knochenrissen rein und dann... Blut und Verfall. Bam! Halt sie weg, ich habe Agro. Steht hier gerade so fit, fit. So ein Fett hier drin. Ich will erstmal fix hier was snaggen und dann machen wir sofort weiter. Der ist relativ fix hier eigentlich. So, wo ist denn das Zeug hier? Über Schusswaffen, Ofen hat er, Gift hat er, Karte, Stuhl und Eiland zum Turnier. Kann ich sehen, von wem die ist? Das kann ich nicht mitnehmen. Wie viele schwarzen Ridders? Kann ich da überhaupt reingucken? Kannst du das übersetzen? Äh, ich spreche nicht mehr sonst. Okay, was ist das hier? Geil, ich muss zurückfliegen, ne? Ist klar. Okay, können wir da reingucken? Kann ich nicht. Schade. So, dann haben wir das auch fertig. Und was haben wir jetzt? Der schwarze Ritter. Das ist ein... Der Stürz des schwarzen Ritters. Oh, wir dürfen gegen den Kämpfen, nice. Ich brauche ein Pferd. Ich brauche ein... Nein, ich brauche ein Kodo. Ich brauche irgendwas... Oder kann ich das Agentum-Pferd nehmen? Oder gar nicht. Was ist denn hier? Was darf ich denn neben hier? Was hättest du gern hier? Was ist denn hier? Was ist denn? Was ist denn? Wohl, weißt du was? Wir nehmen den Wolf. Nein, nein, komm, wir nehmen den Wolf. Ich getauere auf den schönen Wolf. Kann ich den hier auch rufen lassen? Oder geht das hier nicht? Wie geht das nicht? Was haben wir eigentlich hier an... Ah, okay, hat er von der Zorn zu gestellt. Ich will nämlich mal untereinander gucken. Ob das Sinn macht, wenn ich die Spiele mit mehr FPS aufnehme, in Anführungszeichen. Ob das Bild dann wesentlich besser ist. Ob das flüssiger wirkt. Weil ich habe so das Gefühl, mit 60 FPS sieht das manchmal so ein bisschen... Achso, da habe ich den nicht. Ach ne, ich muss... Warte mal. Muss ich das Agentum-Pferd nehmen? Oh, nimmt ein Agentum-Streit raus. Kind, wo ist es denn? Irgendwie doofen Streitraster hier von dem Agentum-Turnier. Ach, meine Güte. Stell doch mal irgendwo ein Sinn und dann ist gut. Wo haben wir die denn hier? Ach da. Ich will nur kurz was ausstellen, wenn ich raus-tappe. So, Danny, mein guter. Wo bist du denn jetzt hier? Äh... Da. Kann ich nicht. Funktioniert das denn nicht? Calvin sollen wir sprechen? Wer ist er denn hier? Das ist Danny. Danny, du bist der falsche. Vorne, wo bist du? Was ist der? Ich hasse das, wenn ich nicht ranzummen kann. Nein, ich kann nicht ranzummen. Die Richtung soll ich. Warum die Deadly-Quests hier weg? Ja, ja. Ich mach mal weg hier. Komm, das Regen machen wir auch mal weg. So, Calvin, hier. Was ist denn jetzt hier? Bist du? Grüß Carl, wenn. Ey, yo, dude. Komm mal den schwarzen Räder hier vorbei. Wo ich das unheilige Scheiße war. Vielleicht in deinem Mount. Mein Untoter auf dem Greifen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Begleiter, Agro. Jo, ich bin der Begleiter. Stirb. Ich hab's mir gerade so weg. Gut, was los? Kein Damage, du machst. Ist das überhaupt ein Untoter? Das ist kein Untoter, das ist ein Mensch. Okay. Und wir haben noch nachher, wir haben noch ein Agenten-Tunis selber und wir haben gegen den Untoten gekämpft. Oder holt er den nachher wieder. Nice. Äh. Und ich muss bei ihm. Ich hab Checks & Fidget nebenbei streamen laufen lassen, weil da irgendwelche Drops kommen sollten, aber es geht halt nicht über Steam. Ich weiß noch nicht, wie ich meine Steam-Charaktere von Checks & Fidget in den Browser bekomme. Komm, was haben wir noch eine neue Quest hier, oder? Oder haben wir noch nichts Neues hier? Nee, ich hab eine neue Quest von ihr bekommen. Ich hab die Schwarzen Ritters untersuchen. Ich muss dann mal gucken, die Tage. Ich hab mich gerade Rücken-Schmerzen. Ähm, so. Dann guck ich gerade mal so zwischendurch rüber. Ich wusste mal, ob ich das andocken kann. So, der Schwarze Räder, wo ist er denn? Ich hab die Schwarzen Rüder, wo ist er denn? genügendes ganzen meinerseits also mache ich jetzt schinken komplett aus dir keine ahnung schicken komplett warum ist auf jeden fall dann okay fliegen wir darüber liegen wie wir darüber die ewige sonne wird uns leiten wo soll ich jetzt hin ob das in das befehle ist muss es nicht auf der karte gerade ach da hinten ist keine halblicht heran suchen und das nervt mich halt einfach das hat ganz gerne mit karte mal ramsen kann vorhin was mir überhaupt fehlen ist dem ok im ok field auf jeden fall afbake klick hat den dock und den brauchte ich doch mal so lange mit den anderen hier gegen geben welchen gehorsam ist meine brezeln werden gerade erobert hat schon mal jemand meine brezeln gut komm mal ran hier ich brauche hier neues zeug oder so da ist er doch da komm mal ran hier helfen problem kein stopp ich muss ja ich muss ja beide looten schwarzer ritter ist er als untoter meine ich doch dass der das denn untoter war ich habe das ganz vergessen dass er mal ein mensch war das wäre schon eine krasse sache wenn das in will auch gehen wenn du stirbst kommst als untoter wieder also ich rede jetzt nicht davon als zombie oder so was würde bei manchen menschen echt die dummheit erklären dann machen wir jetzt nichts mehr als spaß und sprachen die wasser mal wir machen erst eine bitte im kreuzfahrer zum habe ich gebeten dass er es mir an zugang erbitten ist der denn das ist mit dem okularium also denn genau sein und sprich mit mir zu in den drei agenten die liandra ja ja wenn ich wüsste wo die ist aber das ist halt das problem du siehst das hat auf der karte nicht obwohl warte mal ist die vielleicht da drin da ist der ruhe stand versammlung stein ich glaube ich habe die damals schon sehr lange gesucht da geht mein ruhestein denn eigentlich wieder ja mein ruhestein geht das nice ist zufälligerweise hier drin hier müsste doch normalerweise auch ein charakter stehen agentums was wie ist die blondglocke ich glaube das war damals die war damals richtig schlimm in den dungeon das ist das den jenny habe ich gar damals gerne gemacht eine bitte an dem bewaren jetzt muss ich das aufgooglen ich werde den kopf heute ja wo soll ich denn bitte hier stehen ja wo soll ich das aufgooglen ja wo soll ich das aufgooglen ja hast du sowas ja oh mein gott bin ich doof die steht hier unten nein hatte ich soll hier irgendwo stehen hier unten soll die sein agentum vorhut ist doch da unten das ist doch das turnier das turnier kam doch erst später das wurde erst aufgebaut ist morgen ausgeschlafen ja ja wo sie mal sehr viel schneiden glaube ich ja was will man machen nach müde kommt schlussendlich wo bin ich allerdings noch 150 prozent fliegen aber vor der steht ja auch drin ja was ist denn jetzt hier agentum vorhut da ist agentum vorhut nachher nach müde kommt doch hat will man erwarten wenn man ungefähr aufstehen dann läuft doch mal nicht alles aus rein boah du drecksack alter ne bläht den blauen protodrachen einfach du dreckslacker wenn du dir nicht für den todesritter bist ich gönne dir das nicht nein spaß ich gönne ihm es trotzdem nicht einfach den blauen protodrachen wie lange ich damals an diesem drachen gefarmt habe einfach ich glaube das waren Monate ich glaube das war sogar ein halbes jahr dann habe ich den endlich gekriegt und dann gab es jemand die hat sich beim gm ausgebildet der brutodrache das hat doch gar nicht zack hat sie gekriegt wobei rahmen füsten habe ich bei drei trice gekriegt in den weißen falten schreiter durch beim ersten den von baron totenschwur das mount und auch lustige geschichte arbeitskollege sagte damals erfarmt das mount schon seit jahren ich sag wieder gibt es ein maut ja da gibt es immer und ich gehe rein dem sorgi guckst du einfach mal wieviel lang du brauchst habe es direkt bekommen er hat den ganzen tag nicht mehr gesprochen weinst du das mount er hat nicht mehr gesprochen aber glaube ich ein bisschen angepasst aber ich finde den rahmen füsten finde ich immer noch am schönsten mit dem kleinen raben mit diesen baby raben hier ist übrigens ich bin ganz und den großen flugraben die gefreut mir ganz gut ach ich kann ich kann jetzt nicht verwenden warum nicht warum darf ich das nicht verwenden remolus was geht verletzten den schreien zu rösten ja was muss jetzt hier machen war akt stacheln wir sind es nicht ab und für wir sind im wir wissen wir versuchen wir das wir nehmen 24 ist ein paar eicheln suchen warum wir sind keiner das ist eine Das war's. Ja, schön, dass ich die drei Eichel mitnehmen soll, aber ich finde ja nur eine. Ja, das war's. 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 Ja. Ja, das war's. Ja. 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 aber sonst haben wir hier runter das ist wieder doof, weil jetzt ja, ich stehe doch hier vor seinem Schrein oder ist das nicht sein Schrein, das ist irgendwie oh, Verzeihung das ist ein Baum ja also muss ich das jetzt auch googeln? ich hatte solche Missionen, wenn du das einfach nicht ja also ich finde ein paar Eichen und er lasst anschließend mal den Schrein oder geift euch, geift euch selbst in den Arm in unsere Welt zurückzukehren wow, wie soll ich das machen? Ich habe hier keinen Button oder muss ich einfach hier den in die Arm laufen oh mein Gott warum ja, so viel dazu sehr viel schlagen, glaube ich ich habe hier Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh, das war etwas zu weit. Wo ist denn unsere Lebensbinderin? Also ich muss sagen, der neue Luke gefällt mir irgendwie besser von dir. Ja, Jaina. Ja, die selbe Stimme ist wie Jaina bracht mir. Das ist sowas von der selbe Stimme. Das ist die Grundstimme. Also, äh, ja, Kind, wo soll ich jetzt hin? Äh, hast du eine Quest für mich hier? Als Grunde, ich soll Spaß und Spiele. Noch ein Öl. Achso, hat er uns recht im Metz hier nicht an? Warum nicht? Da hinten? Oh, ich finde das so kacke, dass die Karte so klein ist. Das ist sowas. Das ist sowas. Genau. Aber das ist sowas. Ja, ich glaube das ist sowas. Ich Kardia und Spiele. Da habe ich und jetzt wieder zurück oder was? Wieder zu ihr. Das war's für heute. sie nur aber nur gehabt euch wohl bewahrt die haltung gehabt euch wohl ich krieg kein portal ich darf das jetzt wieder selber fliegen vor kurz ja ich darf jetzt über einen rohstein mein rohsteingeld kommen was hast du jetzt mal das ist ein verwirrter pengel hallo so der verwirrte bengel ja fliegt jetzt einfach mal würde ich nur gesagt haben auch der damals schläg christlich ich habe schon wieder da unterfliegen ich hätte besser die andere quest 3 angefangen heute fliege ich zu viel durch die gegend hallo verbindlich auch noch oder was laufen durch die eiskrone wie willst du das machen du kommst doch gar nicht dadurch kannst du erst zu der icc rüber wenn du fliegen kannst anders geht das doch gar nicht lauft und träumst lang die nacht obwohl ich will das gar nicht wissen ja das habe ich mir schon gedacht wenn wir geklaut gerade was ach doch nicht so was hier und sind jetzt fertig hier oder was vertraut auf das licht und alles ist möglich noch eine mission bist du mich verarschend ich glaube ich fühle ich jetzt nicht der schadrat du hast da wollen arsch auf ganz zu knicken hat ganz zu knicken alter leck mich doch das gibt es doch gar nicht wir kommen auf so beschissen ideen hat mir damals nichts anderes zu tun ja komm schicken wir die spieler erst mal nach alex trazer ach komm weißt du was wenn wir da dabei sind dann können wir sie auch einfach zu den nach schadrat schicken zu den naru wir haben ja sonst nichts zu tun danke für gar nichts kann ich euch helfen auf dann deswegen sagte ich ja gerade wie weit ist da das geht über dala ich habe darüber gesprochen der rahmen fürst Oh mein Gott. Ich weiß, wie viele Leute hier einfach rumlaufen. Kann nicht gefährlich sein. Ich weiß, wie viele Leute hier sind. Ich weiß, wie viele Leute hier einfach rumlaufen. Ich weiß, wie viele Leute hier sind. 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 Wow, was für eine beschissene Mission. Was für eine beschissene Mission. Was für eine beschissene Mission. Wir werden triumphieren. Ein jeder von uns spielt eine wichtige Rolle. Da ist Beweglichkeit drauf rum. Soll das besser sein als das, was ich habe? Weil die Platte mit Intelligenz ist. Bis warum? Gut ist unser stärkster. Warum? Weil das ist halt so. Okay, dann machen wir direkt die nächste Mission. Das ist immer so langsam. Hier vorankommen. Machen wir heute ein bisschen länger, wie wir in den letzten Tagen ja Star Wars schon gemacht. Ich muss aber erstmal rüberfliegen. Ich muss ein bisschen verarscht gerade von dem Spiel. Hier. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe ich das auch fast fertig sehr schön das hat die blöde Euler alles hier platt gemacht ich hasse es warum geht die nicht woanders questen ist doch einer hier rum oh Gott sei Dank der ist weg ich dachte der B.O.W. ist tot nein sie spielen alle Classic oder checks und fidget eben weil er muss selbst der geister spruch erst mal lachen wenn du möchtest du ein tor ist okay Spuk ist fertig brauche ich jetzt noch ich habe ja deine Idee aber Kultistenroute brauche ich noch ja die kriegt natürlich wo kriegt die her von Kultisten aber die blöde Eule hält mich ja auf wo haben wir denn hier noch welche nur da hinten in der Ecke das ist doch nicht euer Ernst nur die deine Ecke haben ach ich werde verkloppt heute das sind die einzigsten Kultisten die wir hier haben haben wir sonst keinen immer noch jemand rumfliegen oder so Ekel echt voller Ekel da habe ich die schon gelootet und ich weiß nichts davon dann habe ich nur ja und sonst wo ist der Respawn interessiere mich ja nicht ich brauche die Kultisten oder macht ihr die einfach nur platt um zu leveln das ist doch dämlich ich kann spawnen die denn jeder scheiß respawn so schnell nur ihr habt keinen Bock oder was wer denn da noch ein blaues feuer wird auch nicht schlecht wenn das nicht ausgeht erstmal ohne Ritz wo bleibt der Respawn hallo Blizzard guck mal auf den Tacho ich muss gleich ins Bett muss erst mal den U-Laden ah ich warte auf Respawn was sind da keine mehr drin dass die da die werden da keine drin haben jetzt mal ohne Scheiß das dauert doch ganz schön lange hier alter wer soll das alles schneiden hier meine Hüte ja so kann man den Stream auch schon in die Länge ziehen was hast du gestern Abend gemacht ich habe auf den Respawn gewartet eine Stunde jetzt der scheiß Spuk den er gerade gekillt hat ist schon Respawn meine Güte die irgendeine Motorräder verwacht die ganze Erde hier Spuk will ich ja auch nicht nur nur ein blöden Kultisten du hast das auch nicht Geiser stehe hier du glaubst ich meine route gott sei dank passt euch kurz morgen ist auch noch ja wie weit muss ich den runter kloppen ich glaube wir müssten erst umlegen meinst du was snacken hier ihr wagt es was wage ich es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann können wir die Quest aber noch ab und dann hören wir auf für heute, weil ich muss noch ein paar Videos hochladen. So, Herr Kollege, wo bist denn du hier? Ach, da steht er doch. Nice, gut, dann bleibe ich hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.